Das, das habe ich eben gemeint. Gib den Kopf, schalte das Licht an. Also, es geht nicht an. Mist. Lass uns das überprüfen. Es macht mir Angst. Ich bin doch lieber hier. Verdammt, Jungs, ich verstehe. Du, falls das in dem Hangar ist, müssen wir unbedingt drauf glätten. Das ist halt dann. Und es ist fürchterlich, aber interessant. Wie ist dieses Ding überhaupt hierher gekommen? Es gibt praktisch zwei Rearten. Entweder ist es A4-Production oder irgendwelche Magie. Magie? Also, wenn das etwas magisch ist, lass uns hierbleiben. Fürchte doch nicht, Gib den Kopf. Sei nicht so angstvoll. Du bist auch auf dem Kanal abonniert. Ja, klar. Und du? Ja, natürlich. Ich bin auch abonniert. Und diejenigen, die auf dem Kanal abonniert sind, sind sehr mutige Menschen. Werden wir das nicht beweisen? Ja, was auch immer. Übrigens, ich habe auch ein Angebot an euch. Wenn du herausfinden willst, ob du mutig bist oder nicht, versuch den Kanal zu abonnieren. Falls das klappt, Glückwunsch. Und wenn nicht, dann geh doch mal ins Gym oder so. Ich weiß nicht. Oh, sieh. Also, bist du mutig oder doch nicht? Ja, das bin ich hier. Na, dann steige als erstes ein. Komm schon, los, los. Hör zu. Das Haus kommt mir richtig klein vor. Nee, ist nur für den ersten Blick. Komm jetzt, steig ein. Oh, wow. Und wie ist das? Erträglich? War schon. Also, Jungs, wir nähen unseren Abenteuern an. Die beste Unterschüsse ist immer ein Like. Wir legen los. Wir legen los. Da war doch gerade noch eine Tür. Äh, verstehe ich nicht. Also, wir sind gefolgt worden. Jungs, Jungs, Jungs. Ich hab doch gesagt, dass wir nicht reingehen sollen. Wir werden immer geträgst hier. Irgendwas passiert ständig. Ruhe, Ruhe, Ruhe. Keine Panik, Leute. Also, wenn die Tür geschlossen wurde, heißt es, es sollte ein Mechanismus geben, dass es wieder nach oben bringt. Nichts wird ihn tun hier. Also, keine Panik. Ja, das ist wirklich eine sehr gute Theorie. Lass uns einfach alles hochheben und schauen, ob wir irgendwas darunter finden. Komm schon, drehen wir die Bilder und alle Lampen um. Hier ist gar nichts. Und dieses Bild, glaube ich, ist sogar mit Legen festgemacht. Oh, das kommt nichts dabei raus hier. Nun, dreh sich doch. Versuch's nochmal. Ich kann es nicht mehr weiter drehen. Hm, was ist hier los? Ah! 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 Zurück, lege zurück! Was ist das, Leute? Es funktioniert nichts. Gabi, komm, was hast du nur gemacht? Ach, was soll das? Auf den Boden! Auf den Boden! Wo bin ich? Leute, seid ihr da? Vlad, Gabi, Kopf! Was ist das? Oh, Mann. Es scheint, dass meine Hände an einer Ordnerinstelle verstecken und mein Körper ist hier oben und kommt auch nicht raus. Und irgendwie bin ich angekettet. Das ist irgendeine Art Kiste. Ich muss mich nur beruhigen. Vielleicht ist das irgendein Prank. Ich spüre um meinen Füßen, dass vorne Platz ist. Ich muss versuchen, nach vorne zu kommen. Also, vorsichtig. Oh, Mann. Noch eine Tür. Noch eine Kiste. Was ist das denn hier? Wie viel gibt es davon? Ich hoffe, nur jemand spielt mir einen Prank. Ah! Was ist das? Ich habe fast einen Herzinfarkt bekommen. So. Ah, das ist doch Mehl. Ah, jetzt habe ich Mehl im Mund. Verdammt, was ist das so für ein Prank? Was ist das hier ein solsames Haus? Vlad, Gabi, Kopf! Halt ihr mich? Ist da jemand? Nein, niemand kann mich hören. Ich kann nicht mal zurückkehren. Oh, komm schon. Ich habe keine Wahl. Ich muss mich nach vorne bewegen. Ich habe Angst. Ah, es ist ein Spinn. Hier sind Spinn. Ich hasse Spinn. Nein, nein, ich kann es nicht. Ich muss weiter. Ganz einfach. Jetzt ganz vorsichtig. Nein, alles eigentlich gut. Nein, das ist hier sehr gruselig. Wirklich, wir müssen weiter. Oh, Mann, ist das schlimm. Ah, ich habe das Spinn jetzt gegessen. Nein, ich kann es einfach nicht. Okay, dann los. Schade, dass die Jungs nicht dabei sind. Sie würden mir helfen. Oh, Mann, was ist das denn nur? Nein, es bleibt hängen, der Spinn jetzt. Das ist ein weiterer Raum. Wie viele gibt es denn noch von denen? Ah, was ist das? Ich weiß es nicht. Was für ein gruseliger Ort. Was ist denn das hier überhaupt nur? Was ist das für ein gruseliger Ort? Wo sind wir hergekommen? Was ist das hier überhaupt? Hier ist irgendein Blut. Was ist das? Ganz ruhig. Ich muss ganz ruhig bleiben. Glenn, bist du das? Was? Bist du das, what? Hilf mir, ich brauche Hilfe. Ich bin im Zimmer neben dir. So, ich komme zu dir. Ich muss nur herausfinden, wie ich zu dir rüberkommen kann. Es gibt also diesen stinkenden Würmer und diese Kiste und irgendeine alte Uhr auf dem Spiegelspiegel geschrieben. Alle verschwinden um Mittag um zwölf. Und jetzt ist es sechs Uhr abends. Ich kann hier nicht bis morgen warten. Das wird einfach zu lange dauern. Ich muss hier einfach verschieben. Das war das gewesen. Also, als erstes ist der Spiegel aufgegangen. Und zweitens fange ich mich an zu fragen, was hier überhaupt vorgeht. Alles sieht das aus wie irgendeine Art Hobby-Quest oder so ein Hauer-Escape-Rub. Und ich muss irgendwie einen Ausweg finden. Ich hasse solche Quests, aber ich muss weitermachen. Oh, Flut! Glenn, Glenn, Flut! Du bist hier, ey? Ich habe dich endlich gefunden. Oh mein Gott! Hilf mir! Ich bin hier in einer Art Korken aufgewacht und kriege mich überhaupt nicht hier raus. Ich kann mich nicht bewegen. Meine Beine sind schon richtig da. Ich bin da auch in so einer Art Kiste aufgewacht und ich wurde mit Mehl und Föhrmann bestreut. Wo ist Kabikoff? Schiff, um die Hände freizukriegen. So, gleich. Komm raus. Wer hat mich eigentlich gefesselt? Ich kann mich an gar nichts erinnern. Ich habe einfach Bewusstsein verloren und ich bin hier gelandet. Hier gibt es eine Menge an Kinderspielzeug und an Spinnweben. Dieses Haus verbirgt viel mehr schreckliche Sachen, als wir uns gedacht haben. Wo ist Kabikoff? Er ist wahrscheinlich auch in Gefangenschaft. Was ist das denn hier für eine Truhe? Ich weiß es nicht. Ich habe es nicht einmal sofort merken können. Gibt es vielleicht irgendwelche Werkzeuge, die uns helfen, die Truhe zu öffnen? Lass uns hier rausfinden. Also, was ist das denn? Das bin doch ich. Das bin ich. Geh, Liam, gib dich doch. Geh, Liam, klatsch ein bisschen. Was zum Teufel? Hier ist eine Wutepufe von dir. Und der Koffer ist ziemlich klein, wie es zu nichts schien. Aber wirklich, vielleicht gibt es da eine Art Gang und es ist einfach so eine Art Deckel da oben. Okay, wie öffnen wir es denn? Vielleicht sollten wir erst die Quest abschließen. Okay, okay. Glänz ist ja hier. Hier gibt es vier Galgen. Und es gibt vier Charaktere im Kanal. Vielleicht liegen irgendwo hier andere Pupen. Ich habe Kabikoff gefunden. Ja, komm. Die haben wir bereits angefangen. Serioge ist treu wie ein Hund. Das hier habe ich gefunden. Es war direkt unter meinen Füßen. Übrigens, Kabikoff könnte auch ein Waschbär sein. Und hier ist Sergej mit Brille. Und auch ein Hund. Also, okay. Lass diesen Weg liegen. Such mir Serioge und Kabikoff. Also, ich habe einen gefunden. Ich bin es wieder. Lass mich es erst mal hier liegen und suchen wir nach dem anderen Pupen. Oh, ich habe es gefunden. Kabikoff. Okay, dann hängen wir den Pferden ohne Serioge. Warum bin ich hier zweimal? Ich weiß es nicht. Aber etwas hat ähnlich funktioniert. Ge-Land, Kabikoff. Ge-Land, Blattpapierchen. Ge-Land, Kabikoff. Ge-Land, Blattpapierchen. Du bist ein Genie. Ge-Land, Gland, Kabikoff. Ge-Land, Blattpapierchen. Schau mal, er hat Feuer gefangen. Das ist wirklich eine Quest. Aber hier ist es wirklich tief. Ich habe Angst, da reinzukommen. Ich auch. Aber warte, wir sind doch auf dem Kanal abonniert. Und du redest dich daran, dass nur die Mutigen den Kanal abonnieren können. Also sind wir mutig. Ja. Wir haben ja diesen Test bestanden. Ich habe abonniert. Na gut, dann mach es jetzt. Für die Abonnenten des Kanals. Wunderschön. Ganz vorsichtig, ganz ruhig, ganz ruhig. Ja. Gib mir deine Hand. Ich schaffe das. Ich werde dich halten. Komm, komm, ich halte dich. Ich halte dich. Oh, da ist eine Stufe da unten. Oh, 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 oh. Komm, komm, ich habe die Hände her. Ich warte auf dich. Und die Abonnenten, habt ihr die Prüfung eurer Mutbestand? Wenn ja, schreibt in die Kommentare darüber. Mal sehen, wie viele es von euch gibt. Nun ja, so, jetzt bin ich dran. Ich hoffe, wir werden es schaffen. Komm, geh weiter. Wo sind wir? Das ist eine Art gruselige Küche mit schwarzen Früchten. Also, wenn das hier die Küche ist, dann werden wir Kabikoff auf jeden Fall finden. Was sind das für Geräusche? Also, die Hände. Oh, oh, ruhig, ruhig, ruhig. Hallo, wie sind Sie? Oh, Jungs, ihr seid schon gekommen. Wie läuft es denn? Welche Flug? Funktioniert der Kamin gut? Nein, alles in Ordnung. Ist alles in Ordnung? Großartig. Oh, wer sind Sie denn? Oh, mein Junge. Ich bin Alfred, der Butler. Hallöchen, ich bin Blatt. Äh, äh, wo sind wir? Was ist das für ein Haus? Wo ist Kabikoff? Oh, alle Fragen nach dem Abendessen. Nehmen Sie am Tisch Platz. Ich, ich will nicht essen, nein. Bitte, bitte, Sir. Komm, mach schon. Äh, nein, nein, ich hab keinen Hunger, echt nicht, wirklich nicht. Nein, nein, setzen Sie sich, sonst wird das Essen kalt. Okay. Bitte, Sir. Hören Sie bitte, bevor wir loslegen, habe ich hier eine kurze Frage. Haben Sie so einen dicken Junge mit Brillen gesehen? Ein Junge? Hier war einer. Ein sehr süßer Junge. Luise hatte die aber nicht gefallen. Sie hat gesagt, dass sie nicht gut durchgekocht sei. Aber keine Sorge, euer Abendessen ist perfekt zubereitet. Bitte, Sir. Euer Abendessen. Ah, was ist das? Also, meine, meine, nein, das ist das Gericht, die ist schon lange verdammt so voll. In meinem Fleisch gibt es sehr viele Kakerlaken. Und meins ist, äh, alles sind Maden. Und ich hab keinen Hunger, wirklich nicht. Naja, Jungs, ihr habt einfach keine Ahnung von echter Old Cuisine. Aber den Nachtisch werdet ihr unbedingt ausprobieren. Er ist heute wirklich gut geworden. Übrigens, ich lasse sie mit eurem Abendessen alleine. Ich werde sie nicht stören. Was stimmt mit seinem Gesicht nicht? Ich weiß nicht, er ist irgendwie voll komisch. Äh, übrigens, wenn euch das nicht reichen soll, es gibt doch etwas im Kühlschrank. Okay. Guten Appetit. Danke. Ich möge es nicht öffnen. Ich auch nicht. Irgendwie, unser Dessert bewegt sich da. Lass uns ja das finden, was es ist. Ah! Kürbikow! Was soll das sein? Warum hast du die ganze Zeit geschwiegen? Leute, ich weiß nicht, wie ich hier gelandet bin. Ich habe mit dir im Zimmer geschlafen und dann bin ich aufgewacht hier. Und wie können wir dich jetzt da rausholen? Ich weiß es nicht. Schaut zu, es gibt alles in dem Apfel für den Kürbikow. Ich werde es mir rausholen. Vielleicht ist es eine Art Schlüssel. Verrückt, Leute, ich scheine innerlich gefesselt zu sein. Hilf mir, hilf mir, rauszukommen. Tsch, tsch, tsch. Glenn, ich helfen. Ich, jetzt. Wie kann ich ihm helfen? Er steckt dort da fest. Was können wir machen? Was soll das? Alles wird gut werden. Ich bin den Tücher. Bitte, bitte helfen. Leute, beeilt euch. Leute, beeilt euch. Komm. Ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Kommt, Leute, mach mal. Mach hin. So, ich habe es gebrochen. Komm, mach hin. Schaut euch an. Das ist eine Art Schlüssel. Also. Leute. Ey. Das ist irgendeine Art Schloss. Und wir brauchen einen Schlüssel dafür. Das siehst du. Also, jetzt. Hier. Hier ist deine Hoffnung. Hilfe, warum stehen wir noch? Probieren wir es aus. Leute, da ist er. Äh. Ist es offen. Ja, Gebekoff? Also. Oh. Hilf mir, Alter. Ich bin immer noch gefesselt. Was ist mit diesem Schloss? Nein. Hier wird ein Code gebraucht. Vier Zeichen. Lass uns mal den Hinweis suchen. Ey. Hat er überhaupt über den Kühlschrank gesprochen? Dort ist er. Probieren wir es aus. Komm, Glenti. Zum Kühlschrank. Kommt. Ich schau mir die Teller an. Ich werde selbst nachsehen. Okay. Vier Zeichen. Vielleicht ein Code auf den Deckel. Nein. Dann versuch mir das noch einmal, den Inhalt in die Fahnen zu gießen. Moment. Das hier ist nicht das angenehmste. Damit du es verstehst, das hier sind Würmer. Gabi, Kopf. Kannst du dich nicht selbst trennen? Leute, das ist echt unerträglich. Komm mal hin. Oh, ich sehe es. Ich sehe es. Ich sehe es. Ich habe es gefunden. Ich habe es. Äh. Nummer 27. Nun, öffne die nächste Dose. Oh. Das ist Dülze. Oh, werden wir es vielleicht auch so sehen. Nein, nein. Das klappt nicht. Ich schütte es einfach aus. Leute, werden Sie bald da sein? Weine doch nicht. Nein, nein. Hier ist kein Zettel drin. Vielleicht irgendwo anders drin. In dieser Dose gibt es nichts. Oh Mann. Ich habe echt keine Lust mehr drauf. Immer müssen wir Gabi, Kopf, aus der Sachen herausretten. Boah, was ist das Ding? Da ist er. Da ist er. Da ist er. Hol ihn raus. Hol ihn raus. 35. 35. Und 27. Das ist das. Das sind unsere beiden Zahlen. Also, wo ist der Deckel? So, das war's. Hoppla. Und ab in die Schank. 27. 35. Versuch es Nein zu geben. Gland, hilf mal hier. Ganz ruhig, Gabi, Kopf. Also, 27. 35. 25, 35, funktioniert nicht. Versuch es andersrum. 35, 27. Okay. Ah, es hat geklappt. Schieß auf, Alter. Schieß auf. Ein weiterer Ritzel gelöst, Leute. So wie ich es verstehe, muss man sich nur an die Regeln halten, dem Spiel vorgen, Challenge ist es meistern, nachdenken und die Logik verändern und das wird alles gut. Okay. Entfesselt dich. Warum siehst du rum? Ich kann nicht, Alter. Meine Hände sind entfesselt. Lass uns bei Ärmel tragen, wie uns die Mutter in der Schule beigebracht hat. Oh. Vielen Dank, Leute, Alter. Und kommen wir jetzt hier raus? Was meint ihr? Wie kommen wir hier raus, Alter? Alter. Nein, er scheint, dass wir es hier nachquellen. Wir sind in der Küche und wir sind aus dem Kamin gekommen, zurückkehren. Es ist keine Option, da kommt man nicht durch. Dann müssen wir irgendwo einen Ausblick finden, Mann. Hier gibt es zwei Möglichkeiten. Folgen wir den Mahlenden offen oder es gibt noch einen Schrank. Ich bin hinterm Schrank. Ich auch. Oh, es ist nur ein Nachttisch. Okay, dann lass uns einfach den komischen Typ folgen. Kapi Koff, du bist der Erste. Nee, warum ich? Aber sag ich nicht. Ich, nee. Komm, du mach mal hier. Schau, hier ist noch ein bisschen Blut in diesem Wasserkocher. Schaut euch das an. Ähm. Äh. Und wie ist das? Was ist das? Tomaten. Oh, 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 oh. Er glänzt, komm jetzt. Ich möchte nicht. Nein. Es scheint sauber zu sein. Nein, du bist zweiter. Äh. Ah. Wow. Meine Gitter hat es durchgeschaut. Komm her. Komm her. Leute, die Hände sehen wie echter aus. Was ist denn das, ey? Irgendwelche Monster. Schaut, die haben Augen. Was ist das für ein Fernseher, Alter? Nun, lass es logisch denken. Ah, kann ich ja reden. Das, wenn man sich bei diesen Quests geht und dass man sich hier ist, muss man die Dinge einhören muss. Ja. Setzen wir uns. Ihr so? Schaut euch das nur an. Ingrieche Ringe. Oh. Die Hände sind wie echt nicht aus Kohlstoff, sondern aus Leder. Echt krass. Das ist an der Quests echt cool. Nun, wir haben uns hingehört. Wo sind die Regeln? Es passiert nichts hier. Irgendeine Kassette. Schau mal, wie viele Kassetten da sind. Was ist das überhaupt? Was? Hier, unsere Abredenden wissen alles. Ich verstehe. Ich habe zum Beispiel als Kind Kattus auf Kassetten geschaut. Okay. Ja, ich habe immer Schreck geschaut. Den habe ich mehr als 100 Mal geschaut. Und du? Ich habe die Katze Leopold beobachtet. Äh, jetzt ist alles klar. Also Leute, lasst uns schnell wie möglich hier verschwinden. Also, ähm, hier. Äh, schau mal, hier steht drauf, ist ein gruseliges Haus gekommen und steckend fest. Ah, ich verstehe das. Das ist das Rätsel. Ah, ihr müsst zusammensetzen. Kamiko, warum siehst du? Komm, hilf. Also, dein Sneaker ist fake. Steck das Ende rein, wenn du mutig bist. Also, die Leiche wird aus dem See auftauchen. Hier steht, die Kassette ist fake. Also, wir müssen ein Wort finden, was dazu passt. Man mag die Kassette rein und dann ist das... Ah, warum machen wir das denn? Schau mal, hier steht es doch weiß, grün, schwarz und rot. Das heißt, wir müssen das danach anordnen und dann wird alles schon funktionieren und passen. Dein Sneaker ist fake. Seh dir den grünen an, Alter. Also, schwarz zu grün und am Ende, wenn ihr mutig seid, dann legt die Kassette auf weiß ein. Leute, ich bin aber echt nicht gut in Guests. Ihr seid in das Schreckliche ausgekommen, schaltet die Kassette auf rot. Das hätte ich nie gedacht. Versteht ihr, Leute? Also, schaut her. Man muss es immer am gleichen Buchstaben anpassen. Mutig, weiß, fake, grün, see, schwarz, gruselig, rot. Nun, wir haben es getan und setzen wir uns wieder hin. Und, wie ist es? Oh, es geht los. Seht ihr das? Oh, es geht los. Oh, ich bin hier angewunden. Und was ist das? Und was ist das hier? Das ist irgendwelche Saale. Man muss, glaube ich, die ziehen. Nein, kommt schon. Tut's erst. Komm, Können wir kommen. Verdammt, ich nicht. Können wir kommen, zieh jetzt. Okay, Alter, was ist das jetzt? Soll ich dran ziehen? Komm. Lass mich jetzt. Was ist los? Und jetzt ich? Ent. Ent. Lass mich. Ich bin nicht gut in Quests, Jungs. Alle hoffen an euch. Denkt nach. Ment. Ment. Ah, ich weiß es. Es heißt entkommen. Entkommen. Lass los. Funktioniert nicht. Vielleicht müssen sie sich beim Zehn abwechseln. Du zuerst, Alter. Ich zähle. Ent. Ich bin Zweiter. Entkommen. Entkommen. Oh. Leute, ich bin so froh, dass ich mit euch hier auf dieser Quest bin. Ich hätte es selbst nie gelöst. Was steht da geschrieben? Du hast noch nicht den A4-Kanal abonniert? Dann erwartet du deine Brüche. Gut, dass ich Abonnent bin. Ich habe auch abonniert. Ich habe abonniert, wirklich. Ich auch. Leute, und was jetzt? Oh. Schau, hier ist der Weg. Lass uns gehen. Das seht fröhlich an. Ja, cool. Los geht's. Nichts Cooles, Alter. Lass uns zum Ausgang eilen. Schnell. Komm schon. Du bist der Nächste, Kabikoff. Komm, Dicker, Alter. Du bist der Nächste. Oh, es ist dunkel da drin. Okay, dann gehe ich eben. Nein, ich werde nicht der Letzte sein, der geht. Komm schon, Kabikoff. Geh schon. Los. Hey, drück mich rein. Alter, bist du schwer. Es stinkt hier drin. Was ist das hier? Ah, Kabikoff. Es ist dreckig hier. Hier ist ein Spiegel. Und auf dem Spiegel steht, was bringt das Wasser weg? Wie schrecklich. Alles voll im Blut. Schau dir das an, was ich sehe. Was sieht man da? Wir müssen das Wasser unterspülen. Ah, ja, echt, stimmt. T-Shirt? 800 Umdrehungen, die Minute bei 40 Grad. Oh Mann, gut, dass ich die Waschmaschine benutzen kann. Warte, warte. Vielleicht muss jemand sein Hemd ausziehen. Oh, schaut mal, die Waschmaschine. Sie ist abgeschlossen. T-Shirt-Modus? Nein, der Intensiv-Modus. 40 Grad, 800, Aufdrehung. Machen wir das so. Und weiter? Also, eigentlich sollte es sie selbst angehen. So. Oh, schaut mal, sie ist offen, Leute. Oh mein Gott. Leute, schaut mal, da ist irgend so ein Gieberloch. Gubikoff, du bist nirgendwo als erstes reingeklettert. Komm, jetzt bist du dran. Nein. Komm schon, du bist dran. Ich bin da reingekommen und du jetzt hier. Scherbangs, Jungs. Ja, los. Komm schon. Komm, steig schon ein. Ich helf dir gleich mit dem Fuß von hinten. Ich kletter rein. Los geht's. Wisst ihr, was mir bei diesem Raum vor allem Angst macht? Was denn? Dieses Schirm hier. Ah. Was ist los? Da steht irgendjemand. Da sind Schuhe, 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 Schuhe. Schuhe sind da. Und hier steht eigentlich Sterbe. Okay, okay, Leute. Wir müssten weitermachen. Warum brüchst du mich, Mann? Ganz leise. Ah. Hatte jemand seine Schuhe vergessen? Ich schieße einfach nur Schuhe und wir haben Angst bekommen. Ja. Aber aus irgendeinem Grund liegen in den Serien Kinderspielzeugen. Und was sollen wir damit jetzt machen, Leute? Hinweis, Rätsel, man muss ein Wort bilden. Dies ist der Buchstabe A. A steht am meisten am Ende. Ich glaube, du solltest das A ganz hinten ranhängen. Das würde am meisten Sinn machen. Muri. Oh. Oh. Oh, 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 oh. So, so, so. Ah, aha. Jungs, nein. Kein Glänz. Nein, nicht. Ich werde nicht gehen. Nein. Oh, meine Schuhe. Jungs, könnt ihr sie mir reichen? Gib es ihr. Gib es ihr. Gib es ihr. Gib es ihr. Du, das werde ich nicht machen. Ich habe keine Hände. Danke. Lass uns jetzt spielen. Äh, also wir wollen nicht spielen mit dir. Wir haben heute den ganzen Tag schon gespielt und möchten schon weitergehen und uns nach vorne bewegen. Kannst du vielleicht sagen, wie wir hier entkommen können überhaupt? Ihr wollt raus? Wozu? Ich kann keine weitere 150 Jahre ohne Freunde aushalten. Nein, zuerst spielen wir. Wir wollen nicht mit dir spielen, Mann. Wir wollen, dass du immer bei mir bleibst. Na, ihr könnt gerne nicht mitspielen, aber dann werdet ihr für immer hierbleiben. Mit mir. Okay, okay, okay. Lass uns spielen. Was werden wir spielen? Errate zuerst meinen Namen. Äh, Maria? Maria? Ihr müsst es zusammenstellen. Suchen wir nach den weiteren jeweils, Leute. Also, ich habe zwei ganze Buchstaben gefunden. A und L. Und ich habe ein I gefunden. Seht euch das an. Das hier sieht sehr gruselig aus. Ein Buchstabe? Ein S. Also, vielleicht reicht das. Oh, ein paar Kreien, Alter. Mein Ehr. Also, noch einmal. Welche Möglichkeit haben wir? Okay, Maria. Genau, ihr Name. Luise. Luisa Maria? Dieser alte Mann hat uns doch mal gesagt, der aus dem Wuppen kam. Genau. Luisa Maria. Ja, das stimmt. Mein Name ist Luisa Maria. Und wie heißt ihr? Vlad. Vlad? Ich bin Vlad. Und? Was ist das da? Was passiert jetzt? Oh, wieso habt ihr die ganze Zeit Angst? Wie die Kleinkinder. Das ist Isolde, meine Puppe. Die weint ständig. Ich möchte, dass ihr sie beruhigt. Und dann werdet ihr vielleicht eine Chance haben, rauszukommen. Kappikoff, mit Kindern kommst du besser zurecht. Komm schon. Komm schon, Kappikoff. Du machst überhaupt nichts. Lass es mich machen. Ich werde ein nettes Lied singen. Gelernt, Kappikoff. Puppe, Puppe, warum? Wieso? Ganz leise, ganz ruhig. Ich schätze, Mann. Gelernt, Kappikoff. Nein, es funktioniert nicht. Die sind doch auch Batterien. Nein, und? Schau doch hier. Wir haben es gemacht. Wir haben es überruhlt. Gib mir meine Puppe. Hier, nimm es. Nun, ich würde gerne mit euch weiterspielen, aber ich muss gehen. Wir sehen uns. Wobei, ich glaube nicht, dass euch hier noch jemand sehen wird. Was? Was meinst du, David, dass uns jemand sehen wird? Was war das? Leute, wo ist der Ausgang? Habt ihr überhaupt verstanden, was gerade passiert ist? Ich brauche eine Antwort dafür. Luisa! Maria! Nun, lass uns weiter lösen. Gelernt. Was? Und was ist, wenn man dieses Boot entfernen kann? Also nicht wirklich. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Luisa, links. Weggegangen. Leute, und hier ist unser Weg, hier rauszukommen? Leute, lass uns mit der Schere, mit dem Schere-Papier rocken. Schere, Stein, Papier. Ja, ist zuerst, ist zuerst. Na, kletter rein. Oh, die Puppe ist da. Willst du sie haben? Nein. Verdammt, Leute, das ist wirklich dumm. Aber eins weiß ich sicher, Alter. Um mich vor den Monster zu verstecken, muss ich mich mit einer Decke zu decken halten. Was laberst du denn? Nicht wie ein Märchen. Mein Lieber, nur Knoblauch kann dich vom Monster retten. Jungs! Ha, eine fiktive Sache. Knoblauch ist gegen Vampire, Wart. Er rettet dich nicht vor Monstern. Wolltest du? Und wer ist jetzt der Nächste? Schere, Stein, Papier. Du hast verloren. Moment mal, ich? Ja. Welcome to hell. Verloren heißt verloren. Willst du dich nicht mit dieser Decke zu decken? Wozu? Schau es mir lieber an, was in diesem Tunnel passiert. Okay, wie du willst. Legen wir los. Juhu! Also, jetzt bin ich alleine da gewesen. Na, komm schon raus, Bett. Also, für alle Fälle werde ich mich trotzdem zudecken mit der Decke. Aber wenn, ich glaube nicht daran. Genauer gesagt, ich glaube. Verdammt, wo sind die Jungs? Jungs, lehnt dich. Oha, bin ich froh, dich zu sehen, Alter. Kabikoff, ich freue mich auch, dich zu sehen. Und wo ist Frat? Wo ist der? Äh, du bist ein Witzpult, Alter. Okay, sag mir besser, warum es hier so lange gedauert hat. Frat kommt zu spät, ey. Frat fuhr von mir und er hat mich hier eine Decke zugedeckt. Verdammt, das kann nicht sein. Ich glaube, dieses Mädchen hat ihn mitgenommen oder so. Verdammt, ich wusste es. Diesen Mädchen könnte man nicht trauen. Keinsen, Alter. Ich glaube, es ist noch gut, wenn ihn das Mädchen mitgenommen hat. Und nichts Schlimmeres. Ich werde ihn holen gehen. Schick mich zu Frat. Äh, ich helfe dir, Alter. Was geht's? Ah, es funktioniert nicht. Ey, lass mich zurückgehen. Telefon. Hallo? Nein, nein, Jungs, ranne. Was ist da? Lass, lass, bist du da, Alter? Ich helfe. Ich hab's fallen lassen. Ich freue mich von Ihnen zu hören, Gäste, meine Schrecklichen Houses. Mein Name müsst ihr nicht kennen. Noch wichtiger ist, dass euer Freund nicht zu euch zurückkehren wird. Ihr könnt ihn aber jederzeit anschließen. Was hast du mit ihm gemacht? Behalt euch und ihr werdet alles selber sehen. Achtet aber auf die Telefone. Manchmal bergen diese Gerichte viele Geheimnisse. Wenn ihr aber euch entscheidet und Freunde rettet, ruft mich über das Telefon am Ende des Korridors an. Anrufen? Und die Loma? Aber was hat er gesagt, Alter? Komm. Er hat nichts gesagt. Er hat einfach aufgelegt am Ende. Ah, was ist hier los, Mann? Scheiße. Ah, ah. Oh. Oh, was ist das? Das ist das Telefon am Ende des Korridors. Darauf werden wir anrufen, wenn er was ist. Alter, komm. Was hat er gesagt? Seien Sie vorsichtig. In den Telefonen lauern alle möglichen Geheimnisse. Also hört drauf. Oder so ähnlich. Aber da drin ist nichts. Also holen wir es raus. Noch ein bisschen. Dicker, ich mach es jetzt kaputt. Da ist etwas drin. Ein Hinweis. Ein Hinweis. Oh. Lass uns gründlich alles durchsuchen. Lass uns sorgfältig sein. Was ist denn da drin? Oh. Ruf an. Die Nummer. Welche Nummer, Alter? Wähle die Nummer. Lass uns weiter. Lass das schlagen. Was? 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 Ey, 666. 523. Ruf die Nummer. 5, 2, 3, 6, 6, 6 an. Also ruf an. Vielleicht du, Alter? Nein. Okay, Alter. Also. 5, 100, 2, 3, 6, 6, 6. Okay. Oh, ihr habt euch heute dafür entschieden. Behalte euch. Den Blatt hat immer weniger Zeit. Aber ihr müsst verstehen. Es gibt keinen Weg zurück. Also vorwärts. Nur vorwärts. Oh. Es ist offen. Scheiße. Der Nachttisch ist offen. Komm. Geh vorwärts. Los, los, los. Oh, der ist ja raus. Los. Jungs, wohin geht ihr denn? Behalte euch nicht. Ich habe einen Kuchen für euch gewagt. Etwas für ein Raum sind denn hier? Hier ist ja alles umgekehrt in diesem Raum. Verstehe ich nicht. Schau mal. Und der Stuhl auch. Und alles andere. Was ist das, Alter? Außerdem gibt es in diesem Raum wie den Rest des Hauses überhaupt keine Türen. Schau mal. Wir müssen hier aus dem Safe rauskommen. Wenn wir durch so seltsame Räume gegangen sind, ist es bergsegend daran zu denken, wo Flatt ist, Alter. Ich stimme dir zu. Aber wo immer auch ist, wir müssen ihn retten. Wirklich. Schauen wir uns das genauer an. Schau. Schau mal. Aber hier. Ich habe da Münze gefunden. Sieht so aus, als würde sie der Besitzer des Hauses sammeln. Aber hier fehlt eine. Außerdem sammelt er gerne Spiegel. Schau mal, wer wir sind hier. Ein, zwei, drei, vier. Guck mal. Es hat sich was geöffnet, Alter. Münzen. Schau mal, Alter. Das sind richtig Goldmünzen hier. Schau mal, Alter. Das gibt es doch nicht. Wow, Kamikopf. Wie hast du das denn gefunden? Lass uns versuchen, es einzufügen. Alles gut. Also, stellt sich heraus, dass es sich um eine Art Keller handelt. Wenn dieser Raum mir auf den Kopf gestellt ist, ich glaube, dass wir dorthin gehen sollten. Was meinst du? Nein, sollten wir nicht. Aber es gibt keine andere Wahl. Niemand außer uns wird Flatt retten. Okay, Glenn, versuch's mal. Okay, also, Glitter hoch. Oh, oh, oh. Glenn, komm her. Endlich sind wir in Sicherheit. Und wo ist Flatt? Ah, Leute, Hilfe, Hilfe. Flatt, Flatt, was ist mit dir passiert? Ich habe mich auf dieses Bett gelegt, ohne zu denken. Danach ist alles wie im Nebel. Erinnere mich nur daran, dass ich gefestet wurde. Und dann bin ich hier gelandet. Wer hat mich dann angebunden? Gein Plan. Das ist wahrscheinlich der Hausbesitzer, der uns angerufen hat. Verdammt, vielleicht ist da irgendwo hier in der Nähe. Los, wir machen dich frei. Schnapp es dir auf die Beine, Digga. Das ist eine schrägliche Sache. Wir müssen so schnell wie möglich von hier verschwinden. Nein, wir können dieses Haus nicht einfach verlassen. Es bewegt sich, er scheint zu leben. Und plötzlich ist einer der Abonnenten da drin. Was machen wir dann? Abonnenten? Ich brauche eine Fackel. Willst du es verbrennen? Natürlich. So? Hey, schnapp es dich, Alter. Was ist los, Skubiakoff? Los. Hey, Skubiakoff, ich war direkt hinter dir. Erwünscht, Alter. Hallo, Leute, mein Name ist Sergej. Das ist Skubiakoff, das ist Clint. Und ihr seid auf Kanal A4. Und heute habe ich die Jungs zu mir nach Hause eingeladen. Wir haben nur ein bisschen gespielt. Wir werden heute eine Menge Spaß in dieser Wohnung haben. Hä, komm schon. Ha, jetzt. Warte, nein. Hast du etwas bestellt? Habe ich nicht. Ich dachte, wir bestellen später eine Pizza. Wer kommt denn da? Oh, oh, oh. Was? Richtig geil. Komm rein. Was hast du in deiner Hand? Komm rein, komm rein. Mix mir eins. Ich habe gerade dieselbe Frage. Nehmt euer Kind weg. Wir haben genug von ihm. Halt, 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 halt. Vlad, bist du das Kind? Komm rein. Lass uns erst mal die Tür schließen. Was zum Teufel ist hier los, Freunde? Ich habe echt eine Menge Fragen, Alter. Wer hat denn da drüben was gegen ihn? Heilige Schande. Vlad, A4 ist ein Baby geworden. Hey, hey, leg das wieder hin. Lass uns damit reden. Hey. Hey, komm schon. Setz dich hin. Erzähl uns, wo bist du gewesen? Ich weiß es nicht. Vielleicht ist das ein Scherz. Vielleicht ist ein Erwachsener von der Natur gekommen. Nein. Das ist definitiv kein Prank. Gib her. Gib her. Gib her. Vlad, Kamera. Okay, ich weiß, was ich fragen muss. Wie alt bist du? Verstehe. Er ist definitiv ein Kind. Alle Kinder sagen so mit den Fingern. Sie können ihr Alter noch nicht zählen. Und was sollen wir jetzt damit tun? Also, Leute, ich schlage vor, wir realisieren hier was. Vlad, du gehst spazieren. Erwachsene müssen sich unterhalten. Pssst, ruhig, ruhig, vorsichtig, vorsichtig. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Was ist denn da los? Sieh mal, es gibt einen Haufen Anleitungen im Internet, wie man ein Kind erzieht. Hier, ich schlage vor, diesen Anweisungen zu folgen hier. Hä? Ist da jetzt eine Toilette eingespielt? Ey, mach auf, Mann. Was soll das? Okay, Beziehungsregeln. Erster Punkt, Kinder in die Umbau aufsichtigen Klasse. Vlad, mach die Tür auf. Mach die Tür auf, ey, Mann. Wer ist er? Wir sind's. Wer sind's? Klär, Sergej und Kabikoff. Ich kenn euch nicht. Wir sind deine Freunde, ihr macht die Tür auf. Ich glaube, das ist ein Kinderspiel. Bitte sehr. Nein, nein, das ist bald. Wuff, wuff, wuff. Wartest du, ey, versuch du wirklich das Passwort auszusuchen? Ich hab mir eins ausgedacht. Leute, man muss spielen. Jedes Spiel unterstützen. Okay, Vlad, das ist nicht witzig. Mach die Tür auf, komm da endlich raus. Hey, Jungs, versteht ja gar nichts, Alter. Pass mal auf, wie man mit Kindern redet, Alter. Vlad, lass uns einen Deal machen. Wenn du die Tür öffnest, bekommst du den gleichen Betrag. Er wird dein Geschäftsmann, Leute. Bitte lernen. Lernt, Alter. Ich kann es immer noch nicht glauben. Vlad, ich kann das nicht normal machen, ey. Also, er weiß doch nicht, was er mit dem Geld machen soll, schätze ich. Wie viel hast du bekommen, Mann? Zehn Euro? Komm, er ist doch bei mir liegen. Ich gebe es mir nicht auf. Ich gebe es dir dann irgendwann wieder. Na gut. Also, gut, Leute. Lasst uns lesen, wie man ihn erzieht. Vlad, setz dich hin, Alter. Setz dich. Das Kind beginnt, die Welt um sich herum kennen zu lernen. Deshalb müssen sie wir vor Gefahren schützen. Zum Beispiel sollten schwere oder zerbrechliche Gegenstände entfernt werden. Hey, 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 hey. Oh, das war aus Versehen. Im Grunde habe ich sie wirklich auch nicht gemocht. Keine Angst. Wieso randalierst du? Okay, komm gar nicht erst auf die D hin zu schälen, Alter. Es ist ein Kind, Alter. Lasst uns weiterlesen, Mann, Alter. Der nächste Punkt ist klar, einen Stillplan zu halten. Versteht ihr? Nein, das ist definitiv nichts für uns, Mann. Ein Kind darf nie in der Nähe von Elektrogeräten kommen, Alter. Alter, 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 Alter. Was machst du da? Das ist nicht sicher, Mann. Gut, dass da kalt ist. Komm, setzen wir uns doch aufs Sofa. Und hier sind ein paar Bücher und so. Hey. Vielleicht keine Bücher, okay? Setz dich, setz dich. Nein. Was heißt nein? Ich will auf die Arme. Du bist schwer. Du bist zu schwer für uns. Das geht nicht, Mann. Es tut mir wirklich wenig. Hey, es reicht. Gut, schon gut. Kami Kopf. Lies schnell irgendwas die Spielringeln vor. Hast du irgendeinen Platz hier? Oh Mann, wie viel wiegst du? Hast da Steine im Bauch? Also, was kommt als nächstes? Kannst du mal ruhig sitzen bleiben, Mann? Hey, sei still. Hier steht, dass man Kinder nicht anschreien soll. Das kann bei Ihnen psychologisches Traum auslösen. Ihr schaut, was ihr getan habt. Na gut, hier. Nimm das Handy, Mann. Aber versucht gleichzeitig, ihr Kind nicht zu verwöhnen oder einer Laune nachzugeben. Sonst hört es ganz einfach auf zu hören. Verdammt, was machen wir denn jetzt, Mann? Oh Mist, was sollen wir tun? Denkt daran, ein Kind saugt alles auf wie ein Schwamm. Also achtet auf euer Verhalten und eure Sprache. Oh Mist. Hallo. Mist. Das ist ein schlimmes Wort, Mann. Also wir dürfen gar nicht. Wie sollen wir ihn denn richtig erziehen? Ein Babysitter? Nein, ein Babysitter kann das nicht machen. Hier, hier steht. Ihr müsst das Kind mit Fürsorge und Liebe umgeben, um es zu erziehen. Na schön. Lass uns hier aufräumen und dann entscheiden, wer die Mutter sein wird und wer der Vater sein wird. Geht klar. Oh, ich habe eine Idee. Lass uns das so vereinbaren. Wir werden Vlad aufdrehen. Wir werden uns in verschiedene Richtungen trennen. Und zu wem er auch immer geht, ist Daddy. Okay Leute, dann lasst uns entscheiden, wer das Familien überhaupt sein wird. Er ist das gleiche Erster Bruder. Schau, was ich gelernt habe. Okay, kein Handy mehr. Vlad, was ist los, Alter? Was hast du gelernt? Das spielt keine Rolle. Von uns einem Handy. Ja, das ist in dem Stand des Hans. Okay, Leute, kommt schon. Vlad, komm her. Willst du mit uns spielen? Ja. Jetzt schicken wir dich in den Weltraum. Nach oben, Alter. Und dann musst du an die Raumstation andocken, Alter. Du weißt schon, mit mir oder mit Land. Bereit? Ja. Los geht's. Kommt rein, ich gehe weg von euch. Langsam, damit ihr nicht hinfällt. Das ist genug. Das reicht, das reicht. Da lang, da lang. Hey, Gabi, komm, das ist doch nicht fair. Ich weiß selbst, dass es fair ist. Ich muss einen Geschäftsmann großziehen. Papa! Genau das meine ich, meine Jungs. Verstehst du das? Komm schon, zieh dich um, Mama. Los, zieh dich um, Mann. Ah, es gibt wenigstens Geld zurück. Moment mal, ich bin für die Finanzen der Familie zuständig. Komm, lass mich jetzt wieder einlagen. Wir kaufen dir später was zum Geburtstag. Na gut. Mhm, genau so. Also, jetzt geh dich umziehen. Komm. Eins, zwei, drei. He he. Boch, 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 boch. Ich werde es dir wiedergutmachen, okay? Okay, okay. Sag den Eltern nichts. Also, so fertig. Jetzt sieht man direkt, wer der Daddy am Hause ist. Hör mal zu, Vater. Komm schon, geh endlich einkaufen. Gebe dir Lebensmittelliste per SMS, Alter. Alles klar. Was haben wir denn hier? Ein Spielzeug, irgendein Trampolin für Kinder. Was ist das denn? Na gut, wir gehen zusammen. Ich bin gleich unten, Alter. Was meinst du damit? Und was ist mit dem Kind? Ja, was denn, Alter? Wir gehen zusammen, Alter. Ich bin gleich unten, Mann. Wie bitte? Die werden sich doch gegenseitig verprügeln. Was, Alter, alles ist in Ordnung, Mann. Ey, komm her, Alter. Ja, ich komme ja schon. Oh, schau mal, wir gehen jetzt einkaufen. Wir sind gleich wieder da, hörst du? Kommt schon, beeilt euch einfach. Na los! Ich komme schon, ich komme. Was machst du da? Ist dir langweilig? Ja, es ist langweilig. Ich will spielen. Willst du mit dem Handy spielen? Nein. Okay, also wir haben noch kein Spielzeug zu Hause. Was sollen wir denn mit dir spielen? Oh, hab eine Idee. Oh, ich will die Idee. Lass uns eine Hütte bauen und uns dort von Mama und Papa verstecken. Ja, lass uns eine Hütte bauen. Aber wie? Zuerst müssen wir entscheiden, wo sie stehen soll. Also hier. Na gut, dann bauen wir sie. Nehmt alles, was wir finden können. Komm schon, krabbel rein. Mal sehen, ob da genug Platz für zwei ist. Ne, 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 es ist dunkler. Nun, das heißt, wir müssen etwas Licht in unsere Hütte bringen. Ich werde etwas Passendes finden. Fertig. Komm rein. Wie gefällt es dir? Ja, es ist cool. Warum bist du so traurig? Nun, mir fehlt etwas. Was könnte denn fehlen? Likes. Likes? Ich habe keine Likes hier. Nur ich will Likes. Wer hat sie? Die Zuschauer sollten sie haben. Fragen Sie mal. Leute, hilf mir. Vlad ist nicht in Stimmung. Lass uns ihn aufmuntern, bitte. Es ist eine einfache Sache. Klickt einfach auf Gefällt mir und Vlad wird wieder glücklich sein. Ja. Seht ihr, wie einfach es ist, Vlad aufzumuntern. Das war's. Fertig. Hast du es gesehen? Ja, ich habe es gespürt. Großartig. Was sagt man den Zuschauern dazu? Oh, Mist. Er wollte sagen Danke. Das war's. Vergiss das Wort. Willst du eine Gruselgeschichte hören? Ich weiß nicht. Na, okay. Eines Tages beschlossen die Kinder eine Hütte zu bauen. So wie wir? Unsere ist Cola und die war in einem richtigen Wald. Uff. Sie hatten den ganzen Tag die Hütte gebaut und schon wurde es schnell dunkel. Und was dann? Sie entschieden sich dort zu übernachten. Mitten in der Nacht, als die Kinder schon tief und fest schliefen, hat sich jemand an die Hütte herangeschlichen. Und so, tack, tack, tack. Und dann brüllte er. Oh, Vlad, Vlad, bitte. Es tut mir wirklich leid. Ich habe es nicht so gemeint. Oh je, ich habe den Jungen erschreckt. Wo bist du denn, Feigling? Bist du verängstigt? Ja. Entschuldige, ich wollte dich nicht erschrecken. Es war aber nichts Beängstiges dabei. Du bist kein Feigling. Na, natürlich nicht. Hier? Wie wäre es, wenn wir Lava auf dem Boden spielen? Ja, lass uns spielen. Und wie geht das denn? Wir stellen ein paar Sachen in der Wohnung auf und du kannst nicht auf den Boden treten. Das ist Lava. Und wir werden fangen spielen. Cool. Hier wird der Start sein. Ich bereite dir jetzt alles vor. So, alles fertig. Du bist dran. Wo willst du hin? Warte. Au, 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 au. Vorsicht, ruhig. Also, ich verstehe nicht. Was ist denn hier los? Nichts. Alles ist in Ordnung. Ich habe mich angestoßen. Er scherzt nur. Oh, Sergej, was hast du getan? Vlad, was ist passiert? Oh, ich bin gefroren. Ich bin gerannt. Bang. So tut es weh. Sergej, man kann dich nicht ein Immunschung mit Kitt alleine lassen. Tja, wir haben zusammen Lava auf dem Boden gespielt. Und warum bin ich der Einzige, der dafür verantwortlich ist? Es ist seine eigene Schuld. Mhm. Siehst du nicht, er hat Schmerzen, Mann. Okay, Vlad, willst du, dass ich puste? Nein. Was machst du da? Ich mache Mittagessen. Oh, Karoten. Oh. Du willst rätseln, oder was? Ja, gerne. Also, wir machen Kloppen Schnee, stellen einen Topf drauf, eine Nase als Karotte und noch ein Besen in der Hand. Und was ist das? Also, es ist doch einfach. Es ist ein Schneemann. Richtig. Und wenn du willst, können wir den coolsten Schneemann auf der ganzen Welt bauen. Ja, lass uns tun. Ja, 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 ja. Komm, 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 komm. Okay, mach dich nochmal fertig. Sergej, zieh deinen kleinen Bruder an. Ah, Sergej. Ah, komm schon. Zäh dich an. Oh. Ah, hier, jetzt der einfache Teil. Mach den Reißverschluss zu. Oh, oh. Oh, oh. Okay, komm schon. Okay, was ist da passiert, Mann? Er hat's eingeklemmt. Mein Kinn eingeklemmt. Hey, was machst du da? Wie du unaufmerksam treibst, wo du bist. Ich verstehe nicht, was immer mit dir los ist. Wenn du nicht weißt, dann mach es nicht. Kapierst du das, Mann? Du hilfloses Tier. Warum sind immer die Eltern schuld? Kümmert euch doch selbst darum. Schon gut, Vlad. Wir ziehen dich jetzt ordentlich an und gehen einen Schneemann bauen, ja? Und hörst du bitte auf zu weinen? Ach, komm. Ach, stimmt ja. Papa hat's vergessen. Oh, Sergej, hast du ohne uns angefangen? Hey, ich bin nicht mit dir befreundet. Ihr baut euren kindischen Schneemann und ich baue hier meine eigene Festung. Na und, wir sind zu zweit. Ihr den schneller fertig ist, du, stimmt, Vlad? Ja, lass uns starten. Oh, na ja, das ist das erste Teil. Was ist mit dir, Vlad? Ich bin nicht sehr gut darin. Das klebt die ganze Zeit. Nun, mach nichts. Du hast ja noch deinen Papa. Du arbeitest also am Kopf und nicht mal in der Zwischenzeit noch so ein Ding. Okay. Ja. Oh, so und so. Oh, schau mal, der Körper ist fertig. Was ist mit dem Kopf? Hier. Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Ja, mal, dann beruhig dich mal. Wir machen den Kopf zusammen. Alles gut. Ja. Also, wo ist denn der Kopf? Der muss hier oben sein, ja? Bahn, Lücke, Bekauf? Ha, 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 der war richtig gut, ja? Sehr gut, sehr gut, sagst du. Ach so, du bist echt super, Mann. Echt richtig gut, Mann. Ja, das habe ich gemacht. Ja, du bist der Beste. Und jetzt für den letzten. Nur noch der letzte Strich. Du bist selber ein Schliff. Wo ist's? Die Karotte ist übrig, nicht der Strich. Sagst du niemandem? Der hat dir das beigebracht, Mann. Sag das nicht den Jungs, okay? Oh, Mann, das ist gut geworden. So, so, tanzt bitte dich so. Irgendwas fehlt hier. Die Hände. Unser Schneemann hat keine Hände, Mann. Was sollen wir jetzt tun? Ich werde jetzt ein paar Äste holen. Du bleibst hier. Aber bitte sei vorsichtig, okay? Kein Problem. Hallo, Schneemann. Alle sind weg. Nun, das war's. Jetzt kriege ich dich, lad. Fang! Oh, das bist du. Na, fange. Wow, er ist wirklich stark. Was sagst du denn vor? Oh, 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 guter Wurf. Oh, oh, oh. Papa, Papa, hilf mir. Ach so, ja, lass mich zusammen erledigen. Komm schon. Zwei gegen einen, Papa. So. Ich hole gleich den größten Schneeball. Wie findet ihr das, Leute? Hey, beruhig dich. Was hast du getan, Mann? Wir werden es jetzt ihm heimzahlen, okay? Bleib jetzt ganz ruhig, ganz ruhig. Wir machen dich jetzt fertig. Hier, ich habe uns sogar einen Panzer mitgebaut. Jetzt werden wir seine Festung damit tragen, okay? Ja, los geht's. Leute, was macht ihr da? Ich habe es eine Stunde lang gebaut. Auf geht's. Auf geht's. Los geht's. Ja. Bro, mach es kaputt. Los. Ja, was sei das, Mann? Er ist doch nur ein Kind, Mann. Lass ihn doch, Mann. Ihr habt zuerst damit angefangen. Und? Wir dürfen, Mann. Jetzt sind wir quitt. Du hast deinen Schneemann zerstört. Wie hat deine Festung? In Ordnung. Einverstanden. Also, jetzt versöhnt euch. Mit dem Händedruck. Also, lass uns nach Hause gehen und aufhören. Jetzt schon? Ja, was willst du, Mann? Es ist kalt, Mann. Wir gehen jetzt nach Hause. Mama, wir sind zu Hause. Geh und bring den Kleinen ins Bett. Ich will nicht schlafen. Ich will spielen. Diskutieren, ich bin dein Vater. Jetzt kommt deine Mutter, kaputt, und liest dir die Geschichte vor. Los, geh in dein Zimmer und mach es schon. Sergei, pass auf ihn auf. Komm schon. Lad, warum schläfst du immer noch nicht? Ich will nicht. Alles gut, Alter. Ich werde dir ein Märchen vorlesen, damit du schläfst. Die Sonne kam hinter den Wolken hervor und erwärmte alles mit ihren Strahlen. Der Tag sollte warm werden. Früh am Morgen, als alle Bewohner der Lichtung und des Waldes noch schliefen. Oh, bei solchen Märchen schlaf ich selbst ein. Der Maulhof ist schon eine Weile unterwegs. Oh, bin ich müde, Alter, wirklich. Wie jetzt sieht man ein glückliches Kind? Erster Punkt, Unterstützung. Jeden Tag gibt dem Kind euren Traum, ein Sportler, ein Sänger oder ein Künstler zu werden, weil ihr älteres Talent nicht erkannt haben von den Kindern. Wir müssen also ein Talent finden und es fördern. Ach ja, wir haben schon so oft über das Thema Erziehung gesprochen, sowohl mit Kabil Kopf als auch mit dir. Und ich war ein Kind und sogar ein Clown, aber niemand hätte gedacht, dass es so viele Schwierigkeiten mit diesem Kleinen geben wird. Vor allem hätte ich nie gedacht, dass man immer alle Talente fördern muss. Echt. Ja. Was ist passiert? Das Einzige, was ich gefällt, sind Fügel. Was ist denn hier passiert? Oh, oh. Was ist hier los? Hast du den Verstand verloren? Was ist das? Halt, 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 halt. Nein, ruhig, ruhig, ruhig. Wo ist mein Gürtel? Wo ist der? Weißt du noch, was wir über Talent gelesen haben? Vielleicht haben wir einen zugezüsen Künstler bei uns. Zeigbar, was hast du da gezeichnet? Was ist das? Eine Krone mit Papa? Nein, das bin ich. Hier sind Papa und Mama und hier ist Sergei. Warum bin ich auf dem Dach? Bin ich etwas bei der Wenden? Naja, gut, die Zeichnung sieht gut aus. Ich sehe genauso wie ich. Warum Lubschen? Er hat die Wand angemalt, Mann. Hey, Watt, Mutti versteht das einfach nicht. Und ich habe das alles aus dem aufgenommen. Das ist mein Handy, komm schon. Hallo zusammen, mein Name ist Vlad und ich möchte ein Bild malen. Ich habe hier eine coole Leinwand gefunden. Permanent. Ich möchte ein Haus malen, in dem ich leben möchte. Und das bin ich. Sie wissen schon, oder? Wie groß das Haus sein sollte, ich möchte. Oh, Kamin. Da sind Mama und Papa. Sie lieben einander. Und das ist Sergei. Er zählt bald weg. Ich habe ihn auf das Dach gesetzt, damit er nicht stört. Jetzt muss ich es nur noch schön bemalen. Gras. So, das Haus wird blau sein. Oh, jetzt macht das alles Sinn. Unser Kind. Und er ist fast ein Künstler geworden, Mann. Schau mal, er macht schon seine Videoblogs. Er hat richtig Zukunft. Verstehst du? Das ist echt gut. Ja. Also, und wir werden dich dabei unterstützen. Papa hat eine Idee, wie wir anstatt eines Nickerchens. Segei, du bist der Covergun. Ich bin der Recherker. Herr Birkopf, du bist der Assistent. Also, du bist die Hauptfigur. Auf geht's. Lass uns zum Vlog drehen. Los geht's. Also gut. Hier werden wir drehen. Setz dich hin. Was ist das denn? Das ist eine Ringlampe. Jeder Blocker hat so eine. Ursprünglich war es sich vom Make-up gedacht. Richtig cool. Setz dich hin. Also, Rad. Hier wirst du sitzen und deine Geschenke auspacken. Geschenke? Wo sind die Geschenke? Ist da was drin für mich? Mach dir keine Gedanken darüber. Es wird so sein, wie es sein soll. Die Hauptsache, dass du Spaß hast. Wir bringen die Geschenke. Pack sie aus. Ja, ja. Und wenn ich das nicht jetzt auspacken möchte. Was heißt, du willst nicht? Ich bin der Rechercheur und du willst das. Und ich werde dich beobachten, was du machst. Ja? Und was jetzt? Jetzt nimm es. Pack dir ein beliebiges Geschenk aus. Begrüß die Zuschauer und öffne es. Und das wichtigste Lächeln. Du bist der Herr Vlad. Ich bin Mr. Vlad. Hm. Okay. Hallo. Ich bin Mr. Vlad. Nein, nein, nein. Das passt nicht. Du machst doch irgendein Tanzzeichen, was typisch für dich ist. Hallo. Mit euch ist Herr Vlad. So, irgendwie. Hallo zusammen. Mein Name ist Mr. Vlad. Oh. Und heute werden wir Geschenke auspacken. Komm schon. Lächeln. Sei fröhlich. Denk dann. Sag wow. Wow. Was für ein schönes Baum. Und was für eine hübsche Verpackung. Schaut euch das an, Leute. Ich sehe es mir zuerst an. Und dann zeige ich es euch. Was ist drin? Was ist da drin? Äh, von der Kamera. Alles von der Kamera. Lasst ihr dich von mir ablenken, okay? Das ist ein Auto. Seht euch das an. Aber um ehrlich zu sein, ist es nur Schroten. Na, 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 na. Was meinst du damit, dass es Schrott ist? Was soll das denn heißen? Es ist ein normales Auto. Pack es aus. Es ist glänzend. Es ist schön. Es ist cool. Äh, ich muss pinkeln. Warte, kannst du dich ein bisschen durchhalten? Ja, ein bisschen schon. Großartig. Jetzt geht's los. Sergei. Licht, Kamera, los. Action. Schaut, wie cool dieses blaue Auto ist. Es kann fahren und sonst gar nichts mehr. Wie, es macht ja nichts. Doch, es tut es. Es hat eine Reserverad obendrauf. Und das ist fast echtes Glas hier, Mann. Das ist so cool. Komm, lass hier von diesem Schutz auf der Vorderseite. Kannst du es nicht sehen? Nein, das will ich nicht. Gib mir ein anderes Spielzeug. Und hier drin. Hier bin ich mir sicher. Hier muss ein tolles Geschenk drin sein. Ein tolles Spielzeug. Sieht nur, wie groß es ist. Wie es verpackt ist. Das ist eine riesige Süßigkeit. Das bin ich mir sicher. Ja, ja, ja. So muss das sein. Er hat es kapiert. Und? Nun, Leute. Es ist noch nicht klar. Sieht, die Buchs ist unauffählich. Vielleicht ist das Interessanteste da drin. Also, öffne es. Los. Ja, und das macht kein Geräusch. Es ist vielleicht gut verpackt. Oh, wow. Also, zeig es in die Kamera. Los. Warte, warte. Wer hat das gemacht? Warum ist es leer? Ich. Warum ist die verdammte Kiste leer? Wo ist das Geschenk? Das Geschenk ist in der anderen Packung. Und diese ist nur für die Entourage. Damit es schön aussieht. Wo ist das Geschenk? In der blauen hier. Also, komm schon. Mach es auf. Lächeln, lächeln, lächeln. Los, los, los. Seht mal, wie groß es ist. Wenn ich diese Größe unter meinem Weihnachtsbaum senden würde, wäre ich so aufgeregt. Okay, Vlad, Vlad. Ich werde dir dabei helfen. Los. Nicht nötig. Vlad, lass mich dir auch helfen. Ich sag dir, ich werde dir helfen. Hey, Licht, Kamera, Action. Los geht's. Vlad, hey. Du hast hier ein cooles Spielzeug in deiner Rezession. Richtig? Ist doch cool. Ja. Lächeln. Wow. 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 Hier steht es sogar drauf. Sergej, los, bring die Kamera in der Rezession. Zeig ihm es. Wow. Das ist ein Roboter-Welpen namens Buddy. Okay, Vlad. Gut gemacht. Komm schon. Und lächeln. Okay, schaut mal. Wie ist das? Ja, einfach großartig. Ich mag es auch sehr. Funktion und Interaktion. Öffnet und schließt die Augen. Was? Ist das langweilig? Du hast es doch gar nicht angesehen. Du sagst, es ist langweilig. Vlad, das darfst du nicht machen. Dann hol es raus. Mal lassen, was Gutes einfallen. Könnt ihr euch das vorstellen, Leute? Dieser Hund kann sowohl bellen als auch laufen. Außerdem hat er eine Waffe auf dem Rücken. Bang, 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 bang. Also, gut gemacht. Und jetzt noch bitte den Kanal abonnieren und zu liken. Leute, wenn euch unser Auspacken gefällt, dann bitte liked und abonniert unseren Kanal. Und schreibt in die Kommentare eure Ideen, was wir für euch noch drehen sollen. Mhm. Das werden wir tun. Das war's. Tschüss. Also, Herr Vlad, du nicht verabschiedst für heute. Stopp, Kamera. Bitte sehr, Vlad. Das hast du gut gemacht. Und ihr schiebt die Kamera aus. Also, komm. Wir werden es in der Küche drehen. Los geht's. Wollen wir uns spielen? Nein. Nein, 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 Vlad. So funktioniert das nicht. Nur für eine Minute. Willst du arbeiten? Mhm. Willst du Geld? Mhm. Dann lass uns weiter drehen. Also, Kabil Koff, du bist die Schauspielerin. Wir werden irgendeine lustige Challenge filmen. Los geht's. Hallo zusammen. Mein Name ist Mr. Vlad. Und ich drehe ihn wieder mit meiner Mutter. Dieses Video heißt Biz-Lack Challenge. Komm schon, Kabil Koff. Mach es. Das ist das Unglücklichste von allen. Ich hab nichts. Mal sehen, was da ist. Eine Zitrone. Ja. Mehr Überraschung. Mehr Überraschung. Das wusstest du doch. Eine Zitrone. So ist das gut. Sehr gut. Also, Mama, Biz rein. Biz rein. Oh, das war sehr sauer. So, sehr gut. Die nächste Runde. Hier ist euer nächstes Essen. Okay, ich ziehe. Also, was ist da drin? Ha, ha, ha. Läger dir. Läger. Und was ist da drin? Ah, ich wünsche, ich seh kein Beißleuse. Nichts. Wie passt denn? Nichts, nichts, wieder nichts. Komm schon, Mutti. Zeig es in die Kamera. Los, zeig es, zeig es. Zeig den Leuten, wo du dich ekelst. Los, mach es. Ich mag diesen Chip nicht. Hier ist das nächste, was ihr braucht. Also, jetzt soll ich ziehen. Nichts da. Und beißen, Leute. Ich habe beißen bekommen. Das war es für mich. Pech, Katte. Und? Ich will das nicht mehr. Richtig, ihr habt ein Eis. Leute, ich glaube, ich hätte bei dieser Challenge gewonnen. Gut, das war's. Gute Arbeit. Vlad, du kannst dein Eis haben und du hast es dir verdient. Leute, wir müssen reden. Kommt her. Was will er denn jetzt schon wieder? Ich habe eine Idee. Was? Lasst uns ein Familienfotoshooting machen. Was? Verwechstest du irgendwas, Mann? Und was ist, wenn er nie erwachsen wird? Und wie ihm sein Leben lang aufziehen müssen? Außerdem hat er gerade eine entscheidende Phase in seinem Leben. Lasst uns diesen Moment festhalten. Na ja, ich habe Bilder aus meiner Kindheit. Also gut, wir müssen ein paar Fotos machen. Komm, macht euch fertig. Der Joggo braucht eine Familie, Alter. Ja. Oh, Vlad, du wirst der Hübscheste bei unserem Fotoshooting sein hier. Mhm. Braucht ihr noch lange? Ich kann nicht mehr so lange liegen. Komm. Ah, Papa. Was, Papa? Na, warte. Ich komme hier rüber, Mann. So ist es, Alter. Lass uns gehen. Also, alle legen sich auf den Bauch und schauen in diese Richtung. Genau so. Hm, ich habe es verstanden. Okay. Oh, oh. Okay, lass uns das Licht ein bisschen ausrichten. Warum dauert es so lange? Wir bereiten hochwertige Bilder vor, für das ganze Leben eigentlich. Es ist soweit. Lächeln und mich anschauen. Ja. Gut gemacht. Okay. Alter, nur mit armem das Kind. Ja, los geht's. Ah, da fällt noch etwas. Ja. Jetzt. Hier, bitte sehr. Also, ich mache das Foto und drückst es drauf. Okay? Los geht's. Oh, das ist was anderes. Das Fotoshooting geht richtig ab. Du, 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 du. Zeig, zeig, zeig die Bilder. Warte, Jungs. Du wirst zu spät sehen, wenn der Film entwickelt ist. Äh, okay. Tut mir leid. Irgendwas habe ich fast Falsches gesagt. Okay, okay. Ich zeige dir. Ciao. Wow. Richtig gut. So, okay, Leute. Wir sind hier fertig. Wechseln den Ort. Setzt euch bitte da auf die Couch. Okay, los geht's. Los geht's. Äh. So jetzt? Nein, da stimmt etwas nicht. Ihr solltet euch umkleiden. Was meinst du denn? Was soll man denn anziehen? Was soll das machen? Macht dir keine Sorgen. Ich habe alles vorbereitet. Super, super. Hier, bitte. So. Okay, lächeln, lächeln. Wir sind eine glückliche Familie. Papa, lass uns lächeln. Gut. So, fertig. Fertig. Nun, das ist die letzte Gelegenheit. Macht alle zusammen ein Foto. Nein, das war's. Ich will nicht mehr. Ich will nach Hause. Hör auf so launisch zu sein, Mann. Lass uns lieber ein Foto machen. Dann gehen wir auch lieber nach Hause. Okay, alles klar? Okay, hör auf. Den Jungen anzuschreien, ja? Ja, oder was? Aber was hat Vlad? Willst du zu Papa in die Arme? Nein. Na, Gott sei Dank. Er wird ein richtiger Mann werden. So, in Ordnung. Das ist fertig. Drei Sekunden. Ich denke, das reicht schon. Los geht's. Familie. Hey. Schau, was wir für coole Bilder gemacht haben. Ich würde vorschlagen, wir werden den Kanal AFR Family und dann machen wir das auf den Startbildschirm. Das wird gut werden. Kubiakow hatte recht. Fotoshooting war eine coole Idee. Lass das Kind sich gleichwertig mit euch Erwachsenen fühlen. Also, was für eine gute Idee, Arte. Mama, das Video ist zu Ende. Ist dir gefallen, ja? Ja, ich ist okay. Ich habe drauf langgesetzt. Cool. Einen cool Typen sollten liken. Also, wir werden dich ins Bett bringen, ja? Ich will nicht ins Bett. Wie willst du das nicht, Arte? Papa und Sergej sind beschäftigt. Ich habe viel zu tun. Verstehst du das? Aber ich möchte dir helfen. Oh, wie wäre es damit? Du gehst für die ganze Familie einkaufen. So hilfst du uns auch. Verstehst du, was ich meine? Ja, 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 ja. Bist du sicher, dass du halt genug dafür bist? Aber natürlich. Na toll, dann lass uns umziehen gehen. Oh, wow. Okay, und wo ist Vlad? Also, ich habe ihn in den Supermarkt geschickt. Was? Woher? Alleine? Es wird ihm gut gehen. Er ist ein großer Junge, Mann. Was zum Teufel? Er ist ein großer Junge. Er ist ungefähr fünf Jahre alt. Hallo. Oh, da wird jemand Ärger bekommen. Alter, nicht draus. Ich habe gelesen, dass die Kinder wie Erwachsene behandelt werden sollten. Es sind nur zwei Minuten zu Fuß bis zum Laden. Ich bin ihm durch das Fenster gefolgt bis zum Laden. Er hat es geschafft. Er wird bald wieder zurück sein, Mann, Alter. Falls es was kann gekauft, bist du verantwortlich dafür. Verstanden? Wieso nur ich, Alter? Wir ziehen hier doch zusammen, Großmann. Oh, ich glaube, er ist das. Also, wo ist da mein Sohn? Hey, Jungs. Hier, ich war einkaufen. Alles gut bei euch? Worauf alles denn noch? Nimm's mit. Wie kommt das? Du bist also wirklich ein Erwachsener? Na, was denn sonst? Und wie ist das gewesen, Mann? Ich habe da ein paar Jungs neben dem Parkplatz getroffen. Sie haben mir erklärt, wie das Leben meister Erwachsener funktioniert. Weg mit dem ganzen Unsinn. Lasst uns jetzt FIFA spielen. Also, das heißt, Wlad ist zurück, ja? Natürlich bin ich zurück. Komm schon, komm, komm. Aber wo bist du denn gewesen? Also, wenn ihr solche dummen Fragen stellen wollt, dann verschwinde ich wieder. Komm schon, lass uns das Thema abschließen. Lass uns spielen. Lass uns spielen.